Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed World. Ich begrüße euch zu einem neuen... zu Need for Speed World. Das ist ja geil, das hatte ich noch gar nicht. Cool, Automatik manuell. Machen wir Automatik. Ähm... Draglop, Zweifahrer. Ok, kenne ich nicht, was das ist, aber egal. Dieses Mal sind wir wieder allein, da das letzte Mal sowieso nicht richtig hingehauen hat. Ah, oh. Ach du Scheiße. Achso, das ist so Schaltfahren. Da kann man Automatik oder nicht Automatik? Ah cool, wenn der jetzt nicht Automatik... Achso, das Auto fährt von selbst. Achso, mit Automatik ist ja das dann total langweilig. Achso, jetzt muss ich eigentlich bloß auf Gas drücken. Oh, ist das langweilig. Ah doch, ich kann lenken. Ah, ich kann bloß Spuren wechseln. Also blöd. Ja, wir haben uns gerammt und gleich sind wir sowieso im Ziel. Ok, das war jetzt ja nicht gerade das schönste Rennen, was wir gefahren haben. Ähm... Naja. Egal. Wir sind diesmal wieder allein, weil das letzte Mal haben wir etwas... Waren wir nicht so gut gegen Königskuba und deswegen wollte ich jetzt das einfach nochmal machen. Nein, wir verlassen es jetzt mal. Das ist blöd. Wollte ich es einfach nochmal machen. Ja, da ein Sprint. Sprint passt mir besser. Oh, der hat schon mehr als wir. Ganz sicher mehr. Der nicht. Also den könnten wir vielleicht noch schlagen. Den hier, den schlagen wir wahrscheinlich auch noch. Naja, egal. Auf jeden Fall, Königskuba hat uns das letzte Mal ein bisschen geschlagen. Jetzt müssen wir ein bisschen besser werden, damit wir ihn das nächste Mal schlagen. Ah, ok, ich glaube ich wäre zu dritter bis vierter, wenn ich das jetzt mir so anschaue. Ne, der ist schon wieder weg. Nein, der ist noch da. Irgendein anderer ist rausgegangen. Ah, der Level 7. Ok, dann könnte ich es vielleicht sogar auf den dritten Platz schaffen. Vierter werde ich höchstwahrscheinlich nicht, weil ich den Zweier hier höchstwahrscheinlich schon schlagen werde. Ah, die... Doch, den könnte ich auch noch schlagen. Aber ganz knapp könnte ich den Fünfer hier noch schlagen. Es könnte sein, dass ich also zweiter oder dritter werde. Das ist jetzt nicht so sicher, weil die werden höchstwahrscheinlich alle Nitron so ein Zeugsel haben. Das haben wir natürlich leider alles nicht mehr, weil wir es schon alles ausgegeben, also rausgehauen haben. Naja, müssen wir halt ohne das alles fahren. Boah, ich hoffe, ein Mikro ist an. So, ja. Schnellig stumm geschaltet und wieder angeschaltet. Jetzt weiß ich wenigstens, dass es an ist. So. Oh, ich habe mir meinen Timer wieder vergessen zu stellen. Wie viel lang spielen wir denn jetzt schon? Öhhh... Ne. Wie lang spielen wir denn schon? Komm, schneller. Ich würde sagen, fünf, zwanzig Minuten. Machen wir noch. Dann wird's reichen. So. Das lädt anscheinend ziemlich lange. Entweder das Spiel hat sich jetzt komplett aufgehängt Oder wir haben ein Problem Weil es sich aufgehängt hat Oder mein Internet ist down Ne, Internet ist nicht down Tipps und Tricks Power-Ups Die verschiedenen Power-Ups sind für bestimmte Spielbereiche gedacht Wie Rennen, Verfolgung und so weiter Möchtest du... Okay, es geht los Kaum will ich was vorlesen, geht's los Komm schon, komm schon Ah, nicht in ein Ding reingefahren Ah, fahren wir bloß zu dritt Ist noch einer rausgegangen Okay Ich weiß jetzt nicht Wir fahren hier Maxi, Piro, irgendwas Und hier The Party, irgendwas Ah, cool, wir haben drei Nitro Und wir haben 50 Katapult Ach du Scheiße Fahren wir die ganze Katapult her Ach du meine Güte Wow, hätte ich irgendwas mitkriegen sollen Was ich nicht mitgekriegt hab Gab's irgendein Event Wo das alles gegeben wurde Eine Achso, Nitro So Ist ja geil 50 Katapult Ach du Scheiße Ist ja geil Oh, der hinter uns hat jetzt anscheinend auch Katapult Machen wir uns bereit Geben Katapult Gas So Und dann fahren wir jetzt so schön Um die Kurve Sind immer noch zweiter Ich habe gesagt, zweiter werden wir jetzt wahrscheinlich Ich hoffe jetzt nicht, dass wir dritter werden Dritter wäre jetzt bisschen blöd Ah, wo haben wir die ganze Katapult her? So, Nitro will ich jetzt nicht gleich alles verfahren und Katapult auch nicht 48 Entweder ist heute irgend so ein Geschenktag Aber Halloween ist eigentlich auch nicht mehr Ist jetzt schon der siebte oder so Also kein Halloween Oder Jeder hat ein Halloween zu was gekriegt Und deswegen Habe ich das jetzt auch Es könnte daran liegen Ja, das könnte sein That makes sense So, mal schauen, ob wir den jetzt durch die Abkürzung überholen können Nee, leider nicht Weil davon ist auch schon das Ziel Ah, nein, 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 komm, 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 komm Er ist umgedreht Komm, wir schaffen es den ersten Platz Ja, ja, Level up Juhu Wir haben den ersten Platz geschafft Weil der ganz Weil der leider schlecht gefahren ist Was ist das hier? Das heißt Ah, hat das eingesetzt, oder? Ja, ich habe zwei Katapult, zwei Dinge Und das eingesetzt Der hat auch ein Katapult und zwei Dinge Überspringen 624 Prestige Juhu Und wir haben wieder die Goldkarten Nehmen wir mal Restzeit für Rennbeitritt So Power-up-Schild Noch mal fahren Fahren die anderen noch mal Ja, von beiden noch mal Wäre bestimmt nicht schlecht Wäre bestimmt ganz cool noch mal zu fahren Nach Event Ah, wisst ihr was? Gehen wir dann raus und suchen uns ein anderes Event So, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Ähm Wie heißt es? Need for Speed World, ja? Ich habe mich jetzt gerade Ehrenstraft Java Aus dem Spiel Rausgeschmissen Und Na ja Dann war ich draußen Ähm Vier Fahrer Drei Verwarnungen Team Ziel Cops entkommen Bevor die Zeit Abgelaufen Ist Schließe Dich Mit Anderen Zusammen Nein Racern Zusammen Ha, gut Ich bin super gut Der hat hier einen geilen BMW Irgendwie ist jetzt gerade alles viel kleiner Als vorher Was etwas verwunderlich ist Sehr komisch Alles ist irgendwie kleiner Verstehe ich jetzt gerade nicht Das Verlassen ist kleiner Komplette Dings ist kleiner Es könnte jetzt daran liegen Keine Ahnung Wohan es liegen Könnte Naja Hat der schon irgendwas eingebaut? Ja Besser Reifen Sonst nichts Wir haben hier auch schon Ja schon Was ist das hier? Genau Style Räder Was hat der? Oh der hat ja Der hat schon eingebaut Alles ist jetzt irgendwie kleiner Hier ist Kann man noch ganz leicht Bloß noch lesen Das ist gar nicht so groß wie vorher Irgendwie komisch So Muss ich den Timer wieder anschalten Los Timer Geh So So Ja Ich nehme auf Passt alles Mikro schnell wieder überprüft Ich hoffe ihr seht jetzt alles Schön Da rechts unten und so Lokale Einheit Okay Vorne ist auch schon Wow Ah wieder super Was ist denn das hier? Team Flucht Ja das war ich Mist So jetzt bin ich Jetzt habe ich diesen Megatyp hier eingesetzt Bam Mark hat Team Katapult Achso ja okay Jetzt werden alle im Team Nach vorne gehauen Schon mal sehr schön Wow Da kam gerade das Auto Angeflogen Angeflogen Oder das nächste Polizeiauto Ich muss schauen dass ich hier irgendwie entkommen Ach so darf ich fahren wie ich will oder muss ich wirklich das alles so fahren wie es da unten steht So jetzt setze ich schnell Team Katapult ein Hat Notfallmanöver benutzt Keine Ahnung was das ist ich habe das noch nie gespielt so was So jetzt kann Mark hat Team Notfallmanöver benutzen Okay ja ich weiß es nicht was Team Notfallmanöver ist Ich glaube das ist die Autos wegschießen Wie viel Zeit haben wir noch? Aber wir haben noch genügend Zeit Distanz zur Flucht Oh Da muss der weit fahren Was ist das denn? Ablethorst hat Team Notfallding benutzt Achso das ist Team Notfallteil Und das ist sowas Da mache ich meinen Abwagen nicht kaputt Der ist ganz cool der Typ da Der hilft mir immer ein bisschen So mal schauen Wow da kommt eine Polizei So jetzt benutzen wir schon ein Katapult Boah das ist geile Rennen So lieber links rechts sind die Polizei Okay wir dürfen dreimal gefangen werden Bis jetzt sind wir noch kein einziges mal gefangen und wir müssen schauen dass Bevor die Zeit ausläuft wir es gewinnen Boah wir fahren 200 Da kannst du den Wagen fast gar nicht mehr steuern Okay irgendwas ist abgesperrt haben sie gesagt So jetzt rassen wir hier mal volle Karte da rein Boah Einfach durch So ich glaube die davon sind schon am Ziel oder wie Ich bin hier der Letzte So 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 Okay jetzt müssen wir eigentlich bloß noch ganz schön fahren Bevor die Zeit abläuft Ich hoffe dass ich mein Team Was wir bringen So ich hoffe mal dass ich die jetzt ein bisschen abgeschüttelt habe die Polizisten hinten Ne habe ich nicht Überhaupt gar nicht Schwergewicht So von hinten Nein Schade nicht von hinten Die schön von hinten rammen So Team Katapult Da hat man 7 Jetzt haben wir noch 7 Wow Ach die Scheiße So den Notfall Zeugsel eingesetzt So wir schaffen das Kommt wir geilen uns Schön rechts vorbeifahren So Komm Kumpel Das schaffen wir Wo müssen wir eigentlich hin Geradeaus gut Ich bleib immer hinter dir Oh Polizei Ich will es meinen ganzen Sachen hier nicht verbrauchen Ich weiß es zwar nicht was 5 ist Was das rechts ist Schön vorbeifahren Ah der hat Schwergewicht Und voll durch geheizt Ich fahr jetzt rechts unten Er fahrt links oben Ich hoffe er nimmt die ganze Polizisten mit Nicht ich Na doch das sind Polizisten rechts neben mir Wow Alter Kann ihr mich mal in Ruhe lassen? Oh wurde geschnappt Mist Eine wurde geschnappt Hilfe Katapult Rino entdeckt Wer ist Rino? Ich weiß gar nicht was ein Rino ist oder sowas Ich bin also total unerfahren Ich fahr das Spiel einfach so was mir Spaß macht So noch eine Minute Komm schon Ich muss es schaffen 60 Sekunden bleiben zur Flucht Keine Verwarnung mehr Okay ich darf nicht mehr geschnappt werden Schwergewicht und durchheizen Schwergewicht und durchheizen Wir müssen noch in Verwarnung mehr An alle Einheiten Die Strafe vor den Verfolgern ist gesperrt So komm schon 9 8 7 6 Davon ist das Ziel Nein komm schon wir schaffen es Bitte Bitte Ich will es schaffen Nicht geschafft Ich habe es geschafft Ich habe es geschafft Was bedeutet das hier Aber wir wurden geschnappt anscheinend Entkommen Mist Nicht im Ziel Leider haben wir es nicht geschafft Mist Da haben wir auch nichts gekriegt Aber ist das schade Was ist es da oben für ein komischer Da oben ist ein komischer Fotoapparat Das ist geil Schauen wir mal zu dem Fotoapparat da hoch Und wir sind schon Level 5 Mit der Hälfte auf Level 6 Da ist ein Fotoapparat Ich will zu dem Fotoapparat Rechts unten auf der Karte kann man es vielleicht sehen Den Foto So wo ist der Foto Achso der ist auf der anderen Seite von dieser Kurve hier Okay Wow Boah ist für mich jetzt erschreckt man So hier ist der Fotoapparat Lass mich durch Multiplayer Privatspielen Gehen wir auf Multiplayer Was ist dann Achso das Treffpunkt Achso ja da wollen wir nicht hin Haben wir irgendwas anderes Ein Rundkurs Da nehmen wir teil Oh ein Level 14 Ah der macht uns fertig ey Und der Level 35 erst recht Der Dieb braucht es gar nicht fahren ey Können wir gleich abschminken Da der hat uns wahrscheinlich auch alles Oh ja alles voll Und wir haben wieder unser Bibelfurz und Zeugsel Und wir werden bloß dritter werden Ganz sicher Bin ich mir 100% sicher Weil Wir ganz sicher bloß dritter werden Das werden wir niemals schaffen Irgendwie hat es das jetzt alles so nach außen geschoben Da auf einmal weg Das Zeugsel So Das hat es alles so verkleinert Ich bin jetzt total verwirrt Ja Wir haben diesen Schub gekriegt Aber im Rundkurs gibt es Schild Aber wir haben leider bloß einen Nitro Hä? Wom kann ich die nicht zusammenfahren? Achso das ist der Anfangsschutz glaube ich Nehmen wir mal Nitro hier Da müssen wir ein bisschen nach vorne kommen Der Schild bringt es jetzt glaube ich erst gar nicht Möhm Möhm